Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 11. September 2020. Ihr hört Geek Talk Daily 886. Heute habe ich die folgenden Themen für euch. Apple One, TikTok, Google Maps, Huawei Wearables und Harmony OS. Ich beginne gleich mit dem ersten und das war wieder mal was, was heute ein bisschen durch die ganzen Medien gerüttelt ist. Anscheinend hat 9to5 Google bei Quellen-Code-Durchsuchung der Android-App herausgefunden, dass Apple One kommen wird. Das, was schon länger im Gerücht ist, dass Apple verschiedene Dienste zusammenpackt und in einem Angebot ausliefert. Das sind Services wie Apple Music, der iCloud-Speicher, Apple TV Plus und verschiedene Geschichten. Die sollen alle zusammen zu einem gebündelten, einfachen, knackigen Preis kommen. Wir dürfen also gespannt sein, ob das dann eben auch wirklich kommt. Aber da das wieder mal im Quellen-Code von einer App gefunden wurde, könnte es ziemlich darauf hintreffen. Der Quellen-Code war übrigens in der Android-Version von Apple Music mit drin. Mal schauen, mal schauen. Am 15. Also Dienstag ist Dienstag. Einfach am 15. Nächste Woche wissen wir mehr. Weiter geht's mit TikTok. Das Angebot von Trump, nämlich bis zum 15. müsse TikTok verkauft werden an ein US-amerikanisches Unternehmen. Das geht langsam in Richtung Ende. Und deshalb spricht anscheinend ByteDance und Trump an anderen Optionen oder über andere Optionen. Wie man das Ganze mit Restrukturierungen lösen könnte, anstelle von eben dem kompletten US-amerikanischen und neuseeländischen und australischen Bereich wegzuverkaufen. Es bleibt spannend bei TikTok auf jeden Fall. Im Jahre 2015 kam die Google Maps App logischerweise wie so viele Apps auf die Apple Watch. Dann 2017 kam der Klapp mit ein paar anderen Herstellern, hat man die Plattform verlassen. Man dachte, das würde nichts mehr werden. Wahrscheinlich, eventuell oder wie auch immer. Strategische Entscheidungen. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen anders entwickelt. Google muss es eingestehen und hat jetzt per letztem Google Apps, Transit und Essen, wie sie mittlerweile heisst, App, das Ganze wieder nachgeliefert. Mittlerweile kann man das Ganze wieder nutzen. Na dann, viel Spass, wer damit navigiert. All die anderen mit ihren Software natürlich genauso. Weiter geht's mit Huawei. Die hatten ja den Start der Entwicklermesse bei sich in China. Und dabei wurde unter anderem vorgestellt, ein weiteres Teil aus dem Werbebereich. Nicht eine runde Uhr, sondern auch nicht eine quadratische Uhr, sondern eine rechteckige Uhr. Hochkantige Uhr, spannendes Gerät. Hat alles Mögliche drauf und drin. Unter anderem werden iPhones wie auch Android-Phones unterstützt. Also wie bei den anderen Geschichten oder Uhren aus dem Hause Huawei lässt sich das mit beiden Plattformen nutzen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann in der Schweiz ankommen wird. Und vor allem, zu welchem Preis der Preis für international ist. So vieles mir ist nicht bekannt. Doch 129 Euro. Also in dem Fall etwas um die 130, 140 Schweizer Franken würde ich mal so grob schätzen. Auch gab es weitere Neuigkeiten zum Betriebssystem. Im letzten Frühling ging das Ganze ja los mit Trump und Android und Huawei. Dann im Herbst im letzten Jahr hat ja Huawei offiziell sein Harmony-Ohres vorgestellt. Etwas, woran sie schon länger arbeiten. Da dann aber das erste Mal. Und vor allem gesagt, dass das mit Fokus aufs Auto und auf Smartwatches, also Wearables ausgelegt ist. Man aber nicht abgeneigt wäre, das Ganze auch auf Smartphones zu bringen. Und laut heutiger Aussage soll dem jetzt auch soweit sein. Ab Herbst 2021 soll es dann Smartphones geben, die mit Harmony OS ausgeliefert werden. Wir dürfen gespannt sein und ich möchte sowas mal in live sehen. Bin mal gespannt, wie sich das aktuell schon schlägt. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Heute Freitag, somit für viele Leute das Wochenende naht. In diesem Sinne, euch allen erfolgreichen und schönen Freitag. Geniesst ihn, arbeitet fleissig und dann geniesst auch das Wochenende, für die, die arbeiten dürfen. Auch ein schönes Arbeiten am Wochenende. Und geniesst euren Freitag, wenn ihr ihn dann nächste Woche unter der Woche habt. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.